Jo, herzlich willkommen zum Info-Video vom Halbfinale. Die Begegnungen lauten Spirit gegen Izay und Kleiderbeute gegen gegen Alternativ. Die Frist für die Hinrunde ist der 30. Dezember und die Runden werden dann am 31. Dezember online geschaltet. Ihr müsst jetzt aber auch den Beat mitsenden, weil euer Gegner auf den Gegner-Beatern rappen wird. Jo, dann habt ihr zwei Wochen Zeit zum Konter bis zum 14. Januar 2016 und dann kommen halt die Analysen. Sonst ändert sich nix und bitte die Videopflicht nicht vergessen. Das war's schon. Ciao, ciao.